Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns mit TK zusammen Indian Artist Jamming Talking About BTS. Wir sind ja große K-Pop-Fans und BTS-Fans und deswegen sehr gespannt, weil wir lieben auch Bollywood und da sind wir jetzt gespannt, welcher Bollywood-Star, welcher indischer Star so über BTS redet. Vor allem was? Genau. Hoffentlich nur Gutes bestimmt. Marvall? Ja, von mir. Let's go, let's go. Actress, YouTubers, also alles mögliche. Okay, Hariniti Chopper, eine Schauspielerin. Oh, sie hat nur... Oh. Sie hat BTS. Okay, sie hat einen guten Musikgeschmack. Pure. Annel Kapur. Oh. Oh, wie krass. Sehr gut, okay? Ah. Sehr cool, Juni. Verbo. Das ist wirklich geil für Spotify. Nora Fatehi. Oh mein Gott. Ah, Chicken Russo. Sehr cool. J-Hope, die Katrin Akeld. Wow. Oh. Echt? Okay, was ist das jetzt? Verstehe ich das nicht? Vielleicht benutze ich die Musik bei den Videos? Ich weiß es nicht. Nein, sie benutzt wahrscheinlich die Musik bei den Videos und beispielsweise der Sound. Ist sie in Kanadien? Du sprachst bei der UN mit BTS. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Wie ist das? Ich meine, sie sind unglaublich. Wie ist das? Wenn du nicht, wenn du unter einem Rock leben möchtest, wirst du nicht wissen, wirst du auf sie gehen. Ja. Ja. Hallo. Cheers. Ja. Sehr geil. Oh, Deepika. I purple you. Da habe ich auch kommentiert, so Army. Was ist das für mich? Hassel Miraj Ah, das ist Stefan Netflix Patreon Wer ist dein Lieblingsbembers von BTS? Das ist für Marshall Ich würde sagen J-Hope Ja, für die Dancemoves Ja, cool Wer ist das? Ich weiß nicht die anderen Namen Sie sind die Korean Wutang Clan Sie sind ein paar Sie sind? Das ist ein paar Wer ist J-Hope Ich weiß nicht, ich bin die meisten Ich weiß nicht, ich bin die meisten Es ist die meisten Es ist die meisten Oh, in verschiedenen Ländern Aber alle von Top Korea Ja Das ist cool So, wir haben das für den Latin American market Wir haben das für den UK Wie viele Wie viele Who hier Knows BTS? Das Das ist so wild A South Korean boy band Is one of the biggest Musical acts in the world Which to me Is another cool moment That we're having In popular culture Because for the longest time We've always had to export Our soft power To other countries And now That stuff is coming In America So I think that's cool If you had to form If you had to form the ultimate boy group Whoop Alright If you had to form the ultimate boy group Who would be in it? Um J-Hope J-Hope Alright So we got J-Hope for dancing I I I You said Drake Drake I would do I would do Harry Styles For voice Do J-Hope for dance You gotta have You gotta have You gotta have You gotta have Ritik Roshan For the sixth finger Just for just Just for just Figure it out What a Krass Wunderbar I can't remember the song I can't remember the song Oh the same thing Ah Mr. worldwide handsome For Priyanka's hit Ah from Z-Pop I heard the K-pop World Festival In Changwon When I got the like Excellent Vocal Award And also BTS Was there And they are like Such a motivation and inspiration for me Because I was literally depressed When I was back in my college Because I had like injuries And For like more than six months I was on bed In bedridden And BTS songs really helped me They kept on motivating me Just Don't give up Your time will come Some time And Yeah It came through Z-Pop And We are here Do it Do it Do it Do it Do it Okay This is a Korean band Called BTS Okay It's K-pop Not again I feel you I feel you As you want That we will To do a second video Also Schreibt's Gerne in comment Was euch die So gefallen hat Lass Like Kommentieren Ja Wir freuen Ob das zweite auch zu reagieren Natürlich Sagen wir Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Video Do it Not to We are Julian Na Ganz